Hallo und willkommen zum Video-Tutorial. Diesmal geht es um Anlagevermerke. Ich werde immer wieder gefragt, wie wird das aufgeteilt, wo kommt das genau hin. Hier mal eine genaue Aufschlüsselung. Ja, wo kommen die Anlagen genau hin? Also wir haben hier die Großformel, hier haben wir die Unterschrift und dann haben wir 1, 2, 3 Leerzeilen und hier hätten wir dann die Anlagen oder Anlage, wenn es bloß ein Prospekt ist. Hier kann man entweder Prospekt schreiben oder die Anzahl. Beides sind drin. Und vielleicht liegen dem Brief noch zwei Anmeldebögen bei. Dann haben wir allerdings Anlagen. Und was man noch machen kann, ist die Anlagen hervorheben. Also man könnte das hier einfetten, hervorheben eben. Allerdings die Anlagen selber nicht. Das wäre also der Privatbrief. Wenn man sich an den geschäftlichen Brief anlehnt, dann könnte man, könnte das Ganze auch noch so aussehen. Also der Name, der hier unterschrieben, also der Brief unterzeichner, der könnte sich hier nochmal entsprechend maschinenschriftlich dazuschreiben. So, da haben wir jetzt praktisch die Aufteilung. Drei Leerzeilen, eine Leerzeile und dann kommen die Anlagen. Beim Geschäftsbrief selber sieht das Ganze ja so aus. Hier wird nochmal die Firma wiederholt. Dann haben wir die drei Leerzeilen. Der Name, also der Unterzeichner, maschinenschriftlich erwähnt, der hier unterschreibt. Und dann eine Leerzeile und dann kommen entsprechend die Anlagen. Jetzt noch eine Besonderheit, falls hier unten kein Platz mehr ist. Also falls der Brieftext so groß ist, dass man hier auf die nächste Seite kommen würde. Wegen ein, zwei Zeilen. Dann kann man folgendes machen. Man kann die Anlage auf die Höhe von der Grußformel setzen. Dann rückt man das Ganze auf den Schriftgrad 10 ein. Und die Anlagen müssen natürlich entsprechend dazu. Also das heißt, hier diese zwei müssen hier drunter. Jetzt haben wir allerdings, ich mache mal die Absatzmarken an. Das Problem, wir haben ja hier die Grußformel und eine Leerzeile und danach kommt die Firma. Also das heißt, jetzt müssen wir das Ganze hier nach oben bewegen. Das machen wir wieder rückgängig. Und das können wir dann wieder einrücken. Also die Anlagen wieder hinter zu den Anlagen. Mit der Tabuliert-Taste ist das einfach. Hier schaffen wir es, dass das genau untereinander ist. Hier haben wir die Leerzeile. Hier haben wir die Firma. Dann haben wir hier drei Leerzeilen. Und die brauchen wir nicht mehr. Ich schalte mal die Absatzmarken wieder aus. Und ja, die Unterschrift kann man hier einfach verschieben. So, jetzt ist das alles wieder diengericht. Also Grußformel auf der gleichen Höhe Anlagen. Darunter müssen die Anlagen genannt sein. Und hier, das muss natürlich passen. Grußformel, Leerzeile, Firma, drei Leerzeilen mit Unterzeichner. Und hier noch der Unterzeichner, Maschinen schriftlich genannt. Vielen Dank. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020